Wir infiltrieren Wayne Manor! Nanananananananananananananana Wayne Manor bei Let's Play Chronocross! So, hier geht es normalerweise weiter. G-G-G-Gianna Sisters? Nein! Aber zu Gianna Sisters ist ja, glaube ich, momentan was beim Kickstarter-Crowdfunding-Portal irgendwie in der Mache, dass irgendwie ein Nachfolger zu Gianna Sisters produziert wird. Hey! Den Knaben kennen wir doch noch. Grüß dich. Was? Ist schon wieder runtergefallen? Wie oft muss ich es noch sagen? Es sind... nach rechts und... nach links. Verstanden? Ähm... Ich schreibe das besser auf, bevor ich das vergesse. Genau, schreib es auf. Sollen wir ihm folgen, um zu gucken, wo er es aufschreibt? Könnte ja was mit der Eingangsstatue zu tun haben. Nun denn, reden wir erst mal mit denen hier. Der Code für die Fälle ändert sich jede Woche, wisst ihr. Ja. Zufallsnummern funktionieren nicht. Warum funktionieren keine Zufallsnummern? Das sind... Es ist doch zufällig, ob es funktioniert oder nicht, wenn ich zufällig die richtigen Nummern rausfinde oder etwa nicht. Nein, der Gast ist Generat aufgetaucht. Es sind Monster im Anwesen, auch ebenfalls aufgetaucht. Ich möchte den Gast des Generats nicht entehren, aber ich habe ein dumpfes Gefühl bei ihm. Hm... Merken wir uns das mal, dass hier Monster aufploppen. Ein Gesandter von Porr ist wegen der gefrorenen Flamme hier. Aber mein Gefühl sagt mir, dass er das bereits weiß. Mein Instinkt sagt mir auch, dass ein Spion von Porr anwesend ist. Hm... Entehrt er damit nicht seinen Gast und wir bekommen eine Dragoons Honor oder Dragoons Ehre. Mir wurde auch gesagt, Final Master 13, Dragoon gleich Dragona. Aber aufgrund von diesen anderen Vokabeln und weil mir das Wort Dragoon einfach besser gefällt als Dragona, werde ich einfach Dragoon weiter benutzen. Es sei denn, ihr habt irgendwas dagegen. Ähm... Was zum Teufel dauert so lange? Wo ist nur mein Essen? Äh... Anscheinend hat der Koch ziemlich viel Spaß hier rumzuschnibbeln, würde ich mal sagen. Ähm... Es ist ja nicht, dass ich beschäftigt bin. Äh... Nichts, ja! Herumtrödel, Neuer! Äh... Ja, Sir! So, jetzt ist der Neuer eigentlich mal kurz hier weg. Gucken wir uns doch mal genau hier um. Hier sind Vorräte. Hier ist ein Schrank. Oh! Hey, wir bekommen einen Turn Green Element im Schrank. Ich finde die Animation vom Koch geil. Ist das Karotten oder was schnibbelt der da? Obwohl es hier nicht aus wäre, oder er schnibbelt, sondern eher rumjonglieren. Ähm... Verdammt! Ich wünschte, ich hätte etwas Einfacheres gewählt. Ich finde keine Zeit für Ermittlungen. Äh... Boom! Es ist... Nichts! Sanji? Nein. Sonst würde er wahrscheinlich mit seinen Füßen spülen oder sowas. Hm. Es ist verstopft. Äh, ich meine verschlossen. Hm. Ob wir da jemals etwas dran ändern können? Äh... Wissen wir nicht. Oh, ein Speicherpunkt. Ausgezeichnet. Den werde ich, glaube ich, gleich auch mal gebrauchen. Oh, da vorne ist auch Glenn. Mal sehen, was hast du denn hier zu sagen? Äh, der Glendertröben ist der jüngere Bruder Darius, eines der vier Dragoon-Devas. Hm. Dort. Was dort? Dort. Was dort? Dort. Was dort? Dort! Mund? Nein. Es gibt eine Nachricht auf der Wand. Dieser... Der Code für diese Woche ist 4 nach rechts und 3 nach links. Natürlich. Für alle offensichtlich an die Wand geschrieben. Moment, ich werde... Ja, 3 und 4. Das soll ich eigentlich merken können. Aber wer weiß, wann ich da hinkomme. Ähm. Es wird eine große Expedition bald starten. Die meisten der Dragoons werden rausgeschickt. Ja, das war jetzt gerade mehr oder weniger... Ähm. On the fly übersetzt. Es tut mir leid, dass ich es wage, so etwas zu tun. Na, 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 na. Alles, was er tut, ist schlafen. Äh. Immer nur stottern und irgendwas träumen. Hm. Es ist 3 Jahre her, seit der Dario tot ist. Miss Riddle ist zertdem ziemlich schwermütig und es scheint, dass alles Leben aus diesem Anwesen verlassen, äh... Dass alles Leben dieses Anwesen verlassen hat. General Viper zeigt es nicht, aber ich bin mir sicher, dass auch er darunter leidet. Hm. Interessant. Hand. Habt ihr die Maschinerie draußen gesehen? Miss Lucia hat kaputte Teile von Fort Dragonia rausgebracht und benutzt sie nun, um dieses Ding zu remodulieren. Was für ein Ding? Das in dieser Schadstruhe? Nein, es ist ein Revive-Element. Revive-Element glaube ich, das einzige Element, was dazu beiträgt oder was Wiederbelebung verursacht sozusagen. Und wir Charaktere, die tot sind, trägt im Kampf wiederbeleben können. Es gibt, soweit ich weiß, nur drei davon im ganzen Spiel, deswegen wichtig, wichtig, das mitzunehmen. So, ich werde dieses Ding allokieren, ich werde speichern und ich werde mir den Code drauf aufschreiben. Bis gleich. Okay, ich bin wieder zurück und wenn ich es schaffe, durch diese Tür zu gehen, dann bin ich auch wieder draußen. Yay! Hier kann es tatsächlich passieren, dass aus dem Nichts irgendwelche Viechers auftauchen und... Hm. Na, gehen wir erstmal hier durch die Tür, die mich nicht anguckt. Oh, da liegt jemand und ruht sich aus. Na, hoffentlich niemand mit einem französischen Akzent. C'est der... NEEEIN! Bitte, sei ruhig. Ich hasse den Akzent. So, wir haben ja wieder die, 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 die Wieber-Brüder. Oh, ich meine, hier haben wir ein Turn-Black-Element. Yay! Und hier haben wir die Wieber-Brüder. Ähm, die Truhen-Brüder mal wieder. Okay, ich werde den Kampf rausschneiden. Bis gleich. Yay! Major Level-Ups. Naja, fast. Wobei, Surge ist, glaube ich, gerade so ein bisschen mit den Werten hinterher. Ich habe drei geschlagene Versuche gebraucht, um mich da durchzumähen. Mäh! Ich wollte nämlich einfach mal ein grünes Element mitnehmen. Hm. Na, ich gehe erst mal hier lang. Oh! Erkennt ihr das, was da rechts ist? Das ist die Eingangshalle. Und seht ihr, was das Gelbe hier ist? Nicht das Gelbe. Gabi. Oh, Gabi. Hey, Gabi! Hab dich nicht am Gesicht erkannt. Nicht eintreten, bitte rumgehen. Ich kann aber nicht rumgehen, weil dein Hintern zu... deine Frisur zu groß ist. So, hier an diesem Statue kann ich nichts machen. Und da komme ich nicht dran vorbei. So, was haben wir hier? Das Auge. Sauron guckt mit. Es läuft. Die Olympischen Spiele. Hm. Apropos Olympische Spiele. Gestern. Ähm. Portalgeist. Oh! Wie kreativ dieser Name ist. Der Portalgeist geht mir gerade so mächtig auf den Sack. Der hat schon wieder angreifende Tür. Ich weiß nicht. Ähm. Dieses Viper-Männer erinnert mich so... Was heißt erinnert mich? Nein. Erinnert mich nicht. Aber so ein bisschen... Ich weiß nicht, warum. Dieser Portalgeist-Gegner erinnert mich dann doch so ein bisschen an die Nibelheim-Schindra-Villa aus Final Fantasy VII. Nur zum Glück sind diese komischen Typen, die auf den Klingen von der Decke hängen und da herum machen. Triff. Wehe, du triffst nicht. Triff. Das darf nicht wahr sein. Triff! Verdammt nochmal. Weswegen ich hier keine Elemente benutze bei, äh, der Tür ist, äh, dass sie, meine ich, kontern kann. Beziehungsweise, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein direkter Konter ist oder ob es ein Delayed-Konter ist. Also, dass er bis zu ihrem nächsten tatsächlichen... Ach, grüne Elemente können nicht benutzen werden von geil, glaube ich. Mir ist so scheißegal. Äh, weil sonst halt auch anderweitig Viecher rauskommen. Ähm, yeah, ein... Äh, nu ist es, glaube ich, nicht. Na, ich glaube, ich hau nochmal mit dir auf die Tür drauf. Oh, ich hab, glaube ich, noch gar kein Level 4 Limit bei, äh, Kit allokiert. Deswegen kommt sie auch nur auf Level 3. Ähm, okay. Machen wir nochmal den hier und dann machen wir den hier und Hoffnung auf... Yeah, es trifft! Wow, ausgezeichnet. Okay, dann machen wir... Nein, obwohl Gravity Blow. Gravity Blow hab ich noch gar nicht gezeigt und hab ich von einem der Bosskämpfe gekriegt. Äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Wow! Es ist eine Blutgrätschenangriff. Naja, nicht ganz. Auf jeden Fall ist der Gegner. Hinüber! Yay! Ähm, die Türen sind total lästig. Also sie halten relativ viel aus, wie man gesehen hat. Normalerweise nutze ich das Wandlern von... Äh, wie heißt es? Von geil, um die aufzubrechen. Und quasi der Riesentürstock des Riesenschlossdings. Es ist blockiert oder verschlossen. Nose! Ja, mehr können wir jetzt hier leider Gottes auch nicht machen. Ich hab einfach den... die Tür besiegt, um die Tür zu besiegen. Und das ist einer der aufploppenden Gegner. Quasi... Man fühlt sich zurückversetzt in die Kampf... äh, in die Zeit der Zufallskämpfe, die ja... Oh nein! Machen wir hier mit... mit geil weiter. Ein bisschen von seinen Möglichkeiten zählen. Wenn man den treffen würde, verdammt nochmal. Ich hasse es wie die Pest. Äh, da hat man so einen tollen, geilen Charakter dabei mit gediegenen Angriffswerten oder Trefferwahrscheinlichkeitswerten und dann trifft er nicht. Äh, das ist ein bisschen der Nachteil an dem Spiel. Ich meine, das Spiel braucht diese niedrigen Trefferwahrscheinlichkeiten, weil es sein Kampfsystem, zumindest das physische, ausmacht. Na, eigentlich nur das physische, sondern auch das Elemente aufladen und so weiter. Aber die Fehlwahrscheinlichkeiten sind da teilweise doch ziemlich hoch hierbei. Auch wenn sich das verbessert, wenn man bessere Waffen bekommt, aber das hab ich ja jetzt noch nicht. Deswegen, äh, geht mir das ein klein bisschen auf den Sack. So, und ich hab's auch mal nachgesehen, ist ne Salbe. Salbe. Okay. Jetzt gehen wir mal hier entlang. So ist es auch wieder so ein großer, blöder Sack. So, jetzt reden wir mal mit diesen hier. Das hier ist die Schatzkammer. Oh, lass mich rein, lass mich rein. Du brauchst eine spezielle Erlaubnis, um einzutreten. Was ist es mit euch, Jungs? Sag das Passwort. Äh, keine Ahnung. Langlebelt General Viper. K. Schwult. Ne. Oh, korrekt. Das Passwort ist Stille. Ihr dürft betreten. Oh mein Gott, gut, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Ja, manchmal echt gut, dass man sich nicht entscheiden kann. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oh, ha, ha, ha. Schatzkammer. Oh, direkt eine Truhe hier. Ja, direkt eine Truhe mit Biberbrüdern. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Gucken wir doch mal, was wir hier sonst noch an Sachen haben. Das ist großartig. Aber es scheint, dass die gefrorene Flamme nicht hier ist. Nun gut. Nehmen wir das, was da ist. Das ist die richtige Einstellung, Kind. Die richtige Einstellung. Ah, was haben wir denn hier? Lauter viel Ölchen. Für Ampfelchen. Ähm. Für normale Haut. Für trockene Haut. Das ist wahrscheinlich das Badezimmer einer Frau. Ähm. Okay, nehmen wir das Schwert mit. Und wir bekommen ein Bronzeschwert. Yay. Nehmen wir das hier mit. Das ist eine Rüstung. Das ist eine Bronzerüstung. Yay. Was haben wir hier? Es ist eine... Ein Schild. Nehmen wir diesen Schild mit. Es ist der Heldenschild. Verdammt, warum haben wir nicht Pierre da? Weil er nutzlos ist. Ist Pierre hier in der Vase drin? Pierre? In dieser Vase ist eigentlich ein Monster. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Ähm. Äh, vielleicht sollte ich auch ein... Ja, ein anderes, ähm... Theme flöten. Okay, es ist ein gelbes Ding. Deswegen... Ah, praktisch. Ich wusste gar nicht, dass es ein gelbes Ding ist. Ah, die haben mich ein bisschen aufgerüstet. Ich habe bei jedem jetzt nach dem Thronenkampf eine Aerosauce auf Level 4 gepackt, um gegen Yellow Innate-Viecher ein bisschen grünen Schaden zu verursachen. Mal sehen, ob sich das lohnt. Naja, das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Das ist... Glaube ich immer noch der Wandladenstab vom lieben Geil etwas besser. Ja, das ist... Keine Ahnung. Manchmal etwas seltsam. Oh mein Gott. Habe ich drei Wünsche frei? Äh... Frau 1? Frau 3? Äh... Kleine Frau 3? Nein. Oh mein Gott. Normalerweise... Habe ich in Erinnerung, dass das Ding irgendwie ein bisschen mehr Schaden macht. Naja, was soll's. Benutzen wir halt mal ein paar Elemente, wo wir sie denn schon haben. Das Ding nämlich hält ein klein wenig etwas aus. Und ähm... Äh... Ich... ...hatte gerade irgendwas davon gesagt, von wegen Thieb oder sowas. Wir müssen das Thieb flöten. Aber nein. Was ist los? Geil! Wir treffen heute nicht. Wir treffen... Wir gehen nochmal irgendwie auf den, äh... ...auf den Schützenstand. Und üben nochmal. Du kommst direkt mit. Lieber Search Boy. Okay. Wenigstens treffen die... Das ist das Schöne an den Elementen. Die treffen wenigstens. Zumindest ein bisschen. Ähm... Man kann hier, glaube ich, auch irgendwas klauen, aber... Naja, wenn's jetzt nicht umgekippt wäre, hätte ich's auch getan. Aber es ist nix dabei, wo ich sagen würde. Das muss ich unbedingt haben. Können... Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann es ist. Ich hab mir hier nix notiert, dass es sich lohnen würde. Von daher. Das passt schon. So, bisschen Heilung. Bisschen Brace. Und wir müssten hier noch ein Turn-Red-Element rauskriegen. Ausgezeichnet. Ja, damit haben wir soweit alles gelootet, scheint es. Abgesehen hiervon. Hm. Was haben wir denn da? Es ist ein Schatz an der Wand. Greifen, vorsichtig nehmen, nervös nehmen oder zu ängstlich sein, um's zu nehmen. Ja, ich bin ein Hasenfuß. Ängstliche Bagels leben länger. Das muss etwas wie eine Falle sein. Wir sollten das hier lassen. Was auch immer. Grabsch ist einfach. Ja, natürlich hört Kit. Ich meine, hört Search of Kit. Ist nämlich vereinnahmt. Oh mein Gott! Das ist ein Müllschluckerwand. Nein, das ist eine Gefängniswand. Das ist ja mal praktisch. Habe ich's nicht gesagt. Es ist nur ein kleiner Ausrutscher. Wir haben aber den Schatz dafür. Oh! Wer ist das? Die Bardame. Ähm, ich hätte gerne 3 Gin Tonic und... Ruhe! Oh, sie hat einen Stoff hier eingeschlossen. Du auch, Pip! Hm. Was? Hm. Ich sehe, ihr seid nicht wirklich Dragoons. Eigentlich sind wir nur... Hm, nun... Egal. Kommt raus. Oh, das ist aber nett. Wir sehen wahrscheinlich sehr vertrauenserweckend aus. Vor allem Kit als blond gelockte Jünglingsfrau. Hm. Okay, dann können wir gehen. Hm. Äh, wer, wer bist du? Warum hilfst du uns? Oh! Versagt er irgend fast von helfen. Ähm, wir können jetzt abhauen, meine ich nur. Ähm. Ich bin das wissenschaftliche Genie des Viperanfäsens. Bitte nennt mich Lucia. Nicht mit Lutschen oder sowas. Verwechsel bitte. Ihr färtet meine Versuchskaninchen-Sign. Erledigt sie! Finish them! Oh mein Gott, es ist Lord Zwiebel. For Boss Time! Gegen Doppel-Lord Zwiebel. Wenn ich mich recht entsinne, sind es auch... Verdammt. Verdammt, ich habe mich total vertan. Habe ich das denn nicht aufgeschrieben? Naja, es sind leider Gottes grün-Inate-Viecher. Und, äh, das macht die Sache jetzt ein klein bisschen... Ärgerlich. Das hätte ich doch... Ja, Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich, äh, meine Elektro-Tools reingepackt. Na gut, ich hatte gedacht, Zwiebel ist gelb. Obwohl, Zwiebel ist grün, so, deswegen Natur und deswegen eigentlich grün. Nur denn, äh, man kann, glaube ich, irgendwie seltsames... Oder was heißt seltsames? Ähm, nichts Sinnvolles von ihnen klauen. Ich habe es jetzt auch nicht notiert, was man sich klauen kann. Ist aber auch wurscht, denke ich. Wenn du... Na gut, dann lassen wir es einfach. Wenn du nicht willst, Kids, ist das Dienstverweigerung. Wir sehen uns vom Arbeitsgericht. So, jetzt packen wir aber die richtigen, schönen Klamotten aus. Den Zwiebelschäler. Ich liebe den Ruf einfach, wenn er sein langes Ding, seinen langen Stab irgendwo reinsteckt. Headshot! Oh, es macht wahrscheinlich auch wesentlich mehr Schaden, als es irgendwie ein gelbes Element tun würde, glaube ich. Heute treffen wir wohl ungern meine lieben Partymitglieder, habe ich das... Oh mein Gott! Es hat lang... Es ist ein Gogo-Gaggetto-Stelzenangriff, wie ich sehe. Okay. Es ist To-Jim! Yes! Also dafür, dass es ein Boss war, war das doch sehr mickrig. Lohnt sich, dass Elemente einsetzen hier schon fast gar nicht. Und wir kommen wieder! Major Level-Ups! Und... Ja, das... Das sieht gut aus. Das sieht... Das sieht... Das stimmt mich wieder gut. Oh! Wir sind hier fröhlich. So fröhlich. Ah! Schade! Schade, schade, schade. Ich glaube, als seltenes... Äh, als seltenen Drop, droppen die Viecher auch Igelei. Ich hatte in meinem Testrun jedenfalls hier ein Igelei-Element bekommen. Wunderbar! Beim Sieg über meine Knollen habt ihr meine Erfahrungen übertroffen. Und nun geht bitte. Werden wir gehen? Oder können wir uns ein Andenken mitnehmen? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Chronocross! Bis dahin verbleibe ich euer wundervoller Bernd. Bis dann. Ciao. Ciao.